Willkommen zurück im Zentrum. Es sind jetzt alle Teststrecken verfügbar. Sie können die Tests nun zu Ihrem Vergnügen atardieren. Und damit herzlich willkommen zu Portal 2. Hallo Flo. Meine Mausensibilität ist echt niedrig. Ein Moment. Portal 2 ist ein cooles Rieselspiel, wo man so Portale machen kann. Die Portale kann man nicht überall machen, sondern nur auf diese weißen Dinger. Kann man so machen. Ist da ein Portal? Da macht man... Warte. Oh, man kann zoomen anscheinend. Boah, krasses Portal, jo. Wie kann man die resetten? Mit R, mit E, mit F. Kann man pingen? Mit... Ah! Flo. Ja. Cool. Und dann nach rechts mit der Maus. Ja. Scheiß nur. Haha. Ähm, es ist ein cooles Spiel. Wir wollen es zusammen als Projekt machen. Und... Ich würde sagen, wir gehen in die erste Tür, okay? Okay. Teamaufbau. Ah, okay. Ich würde sagen, wir stellen das vielleicht auf das Letzte. Äh, wie geht das? Es ist auf das Letzte. Auf das Erste. So. Was machst du? Du hast gesagt, du hast das Letzte. Entschuldigung, ich habe mich verredet. Ich tipp schneller. Ich tipp schneller. Ich tipp schneller. Ich bin nicht mehr am Button, warte. So, okay. Oh, schaut, das sieht sogar cool aus. Schaut mal. Man sieht halt wirklich. Das sieht so geil. Das Spiel sieht so gut aus. Stell dich mal hier hin. Was? Das ist so... verwirrend. Ich denke, ich gehe durch so einen anderen Gang. Dahin. Und es sieht halt voll cool aus, wenn man... wenn ich da jetzt durchgehe. Zumindest... Alter. Oh ja, das ist cool. Es war schon ein bisschen cool verwirrt. Ich bin so... Ich bin so... Ich wollte, wie du nach links schauen. Weil du... Es sah so aus, als wärst du links von mir. Aber das war das Portal. Und du bist rechts von mir. Das ist so... Ich wollte dazu durchgehen. Ich habe dich... Ich habe... Als ich reingeschaut habe, habe ich dich gesehen. Ich gehe durch. Sehe dich nicht mehr. Und denke plötzlich, dass ich in einem anderen Gang bin. Und drehe mich um. Und wollte dich suchen. Ja, aber man kommt immer bei einem jeweils anderen Portal raus. Man kann mit F pingen. Und ich weiß nicht, wie man die Portale weg macht. Oh, mit Tab sehe ich deine Ansicht! Lol. Was? Hi. Hi. Äh... Siehst du auch gerade jetzt diesen Strich, den... Oh, okay. Ich bin einfach zu gut. Äh, ja. Welcher Strich? Ich habe bei mir gerade einen Strich. Ja, egal. Spiel mir einfach mal. Vielleicht finden wir es ja heraus. Ich glaube, das wird uns eh noch gesagt. Ja, wahrscheinlich. Es wird uns wahrscheinlich gleich das Spiel erklärt. Ja. Oh ja, wir werden immer so auseinander gebaut. Hallo, diese Teststrecke wurde ursprünglich für Menschen erstellt. Hier geht es um Teamarbeit. Im Gegensatz zu uns müssen Menschen Teamarbeit erst lernen. Okay. Ähm... Das ist halt der Coop-Modus, wo man... Alter, sieht das geil aus. Geht durch das Portal. Äh, äh... Wo man halt... Durch das... Okay, das sieht wahrscheinlich auch gut aus. Ey, warte Flo! Ich sehe dich! Hey, du hast dich geschoben! Spring mal auf mich drauf, lol! Ähm... Ah ja, warte! Lol! Äh, äh! Let's go! Das ist echt seltsam. Was ich sagen wollte... Einzelspieler gibt es halt auch und das ist so eine... Modus. Eigentlich ist es halt ein Story-Game, was man auch im Coop spielen kann. Aber die Story kann man nicht Coop spielen. Okay. Ähm... Willst du... Willst du... Durch die Tür gehen? Was? Nein, ich bin reingefallen. Es ist halt zu seltsam. Es fühlt sich für mich halt an, als würde ich in den... In den nächsten Raum fallen. Also ich denke das halt auch wirklich. Das ist übelst geil. sorry warte noch mal oder warte ich mache erst mal die portale perfekt okay so und jetzt ich will weg und du willst sein und jetzt es ist einfach so geil das spiel geht durch das portal geht das portal ich war falsch um dass die kamera die beobachtet mich ich muss wieder zurück wieso weil ich die tür aufmachen muss echt lol du bist so ein genie ich habe fünf punkte warte welches portal da so wissenschaftliche spritzen leistungen sind immer das ergebnis von teamarbeit aber vergesst nicht wie bei einstein und seinem cousin terry geht nur einer in die geschichte ein klar das ist cool die frau heißt bei lui klar ich dachte das sei interessant für gewinner jedenfalls ich bin hier ich bin neben dir kann man da was machen oder jetzt auch nein davon kommen von da kommt wie können wir ich will immer noch wissen wie ich die dings weg wasche kollaborationspunkte kann ich kannst du wow wow ja ich weiß jetzt wie man die partner an sich zieht danke das ist auch teilweise echt schwer ich drückt man mit er da oben sind wir müssen alle vier knöpfe drücken ok wir müssen sie also schnell drücken warte ich setze ein portal hierhin und eins dort oben hin und dann drücke ich jetzt ich hätte einfach runterspringen sollen ich wusste was hier weiter haben wir es aber es fehlt noch x aber ich habe den schon die wir waren zu langsam ist noch mal haben wir es noch mal ok warte 3 2 1 boah das sieht so cool wenn du da oben raus kommst ich weiß nicht wie ich los lasse wie kann man die nehmen also und so kann ich ich ja wenn ich dich anschaue kann ich sie nicht loslassen irgendwie man ich wollte hinter dich kommen und dann bist du einfach da oben sofern kommunikation teamarbeit und gegenseitiger respekt nicht stets gewährleistet sind sind diese testen die sagen dass du es jetzt potenziell tötet und ich sterfe direkt wie geht das ich habe dich eingesperrt nein mann warte mach warte ok und jetzt brauche ich deine portale warte ich muss die noch mal da hier so wo was wo ich weiß nicht ja dann mache ich halt meine hierhin cool laser ja ok knopf knopf das sind turrets der schießt schon auf mich und wo ist äh wo könnten wir portale hier ah lol dort hinten der laser geht hier durch und jetzt macht der knopf ah aha was soll das monster die gehören zu uns also das ist jetzt aktivieren was ist das wohin führt das ist fährt aber dahin ach so da geht wahrscheinlich eine treppe hoch dann aber wie was ah ähm 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 so und so ah da oben lol mit space kann man springen by the way ok da ist ein laser wir brauchen wieder so ein bewegteil ähm hier bewegen sich das ich weiß nicht wie es funktioniert aber ich erinnere mich daran dass ich es gehasstet habe ok ich weiß ich weiß es Flo ich habe die idee darf ich rein Flo du ja genau äh so so okay geh rauf äh so ups ähm so nichts drücken so so ok wow du alter äh nein falsch doch richtig puh ok freeze also muss ich zurück musst du zurück huh 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 du bleipst wie immer mein gefangene hi Nein, das ist ja nicht so gemeint. Nein, nein. Das ist ja nicht so gemeint, lasert sich an. Mann. Okay, äh, hier abstellen und wohin jetzt? Dort oben hin. Ups, weiter. Rechts. Aha. Es scheint nur so, als würde ich eure Leistungen nur mit Kollaborationspunkten bewerten. Tatsächlich fließt jedoch jeder einzelne Aspekt in euer Endergebnis ein. Orange, du hast zum Beispiel eben zwei Chancen-Hinweispunkte eingebüßt. Wow. Geht dieses in das Punkt? Ich wiederhole, dies ist kein Wettbewerb. Aber wenn es das wäre, dann würde Orange gewinnen. Ist aber keiner. Orange erhält fünf Kollaborationspunkte. Ja. Mann. Ja, warum glaubst du, dass du nie coole Robo- ... Punkte? Nie coole Roboter-Punkte. Ja. Mann, hör auf. Hier ist keine Potalfläche. Mann. Hör auf. Hör auf, du tötest mich. Das ist der Plan. Mann. Niemand gewinnt gegen mich. Mann. Hör auf. Nein. Oh nein. So, oben schon sollen wir schießen. Ah. Sorry. Ich will dich nicht. Du hast dich mal fast runter geschoben. Und jetzt? Jetzt können wir da hinschießen Und jetzt fährst du langsam in den Tod Nein Das, da ist noch was Ja, hast du nur was zu sagen? Benni Ja Benni Mir gefällt das nicht, wenn mein Leben in deinen Händen hängt Hängt Mann, warum? Ich fahr dich erstmal ganz nach oben Dann töte ich dich Oh, das sieht cool aus Aua Du hast nicht gelogen, ich komm nicht drauf Hä? Ich hab's verfehlt Nein, nein, nein Ich verfehle es die ganze Zeit Okay, ich fahr dich ganz nach oben, dann fahr ich das Ich fahr dich ganz nach oben So, du bist ganz oben, oder? Nein, das geht nicht höher Ja Oh, das, okay, das geht echt höher What the fuck, geh hoch Ähm Ähm Benni Ja, höher, höher, schade Let's go Okay Ähm, jetzt geh ich, tschüss Jetzt kannst du, kannst du da aufmachen Äh, und, äh Du gehst durch mein, meine Portale zu mir Ich hätte genauer ausführen müssen, dass Teamarbeit ein Konzept ist, bei dem mindestens zwei mit dem Ziel zusammenarbeiten, nicht völlig zu versagen Manche Tests sind nicht auf das Lager Hä, wo ist die Frage, wie lang fallen wir? Äh, okay Äh, anscheinend sind wir jetzt irgendwo anders Ich meine, ich will euch nicht einmal sagen, was ihr sucht Wenn ihr zuerst, ihr es Und mit diesem Tollen Gang hier Beenden wir diesen Part Du hast eine schöne Fahne, äh, Fahne da am Arsch Blicken Danke Ähm Ich hoffe, es hat euch gefallen Schaut bei Flo vorbei, weil der Macht YouTube am selben Kanal Ähm 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 Äh Ja, lasst Like, Abo und Kommentar da Schaut beim nächsten Mal vorbei Ja Habt einen schönen Tag und Ciao, ciao Mal sehen, was in der nächsten Folge passiert Ciao, ciao, tschüss